Musik Mitten am Tag halten wir inne, Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von den Bildern, auf die wir starren. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, der unsichtbar bei uns ist. Möge Gott uns durch diese Zeit führen. Möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Herzlich Willkommen zum Mittagsgebet hier aus Schwanenstadt, einer kleinen Kirche am Tor zum Salzkammergut gelegen, mit vielen bunten Fenstern, die uns die Kirche immer wieder von Neuem frisch erleuchten. Gerade jetzt zum Pfingstfest finde ich das immer ganz besonders schön. Zum Fest des Wortes, zum Fest des Heiligen Geistes, zum Fest der Zungen. Und diese Zungen begleiten uns heute durch dieses Mittagsgebet. Das feiern wir im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete mit Worten des Psalm 27 in der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache. Von David Der Herr ist mein Licht und mein Heil Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft Vor wem sollte mir grauen? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe Sei mir gnädig und antworte mir Mein Herz hält dir vor dein Wort Ihr sollt mein Antlitz suchen Darum suche auch ich, Herr, dein Antlitz Verbirg dein Antlitz nicht vor mir Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht Denn du bist meine Hilfe Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab Du Gott meines Heils Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich Aber der Herr nimmt mich auf Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn Um meiner Feinde willen Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde Denn es stehen falsche Zeugen wieder mich auf und tun mir Unrecht Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen Herr des Herrn, sei getrost und unverzagt und Herr des Herrn Die Losung für den heutigen Tag stammt aus Psalm 35 im 28. Vers Meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit und dich täglich preisen Herr, segne unser Reden hören und tun an deinem Wort Liebe Gemeinde 16.000 Worte spricht jeder Mensch jeden Tag Egal ob Mann oder Frau, das bleibt in etwas übergleich Wenn man das zusammenrechnet, ist das ein Buch mit 53 Seiten Jeder Mensch spricht also jeden Tag im Durchschnitt ein kleines Buch Und wenn ich dann so ein bisschen darüber nachdenke Dann ist das eigentlich ganz schön viel In 46 Tagen haben wir durchschnittlich so viele Worte gesprochen, wie die Bibel enthält Bei dem, was wir so täglich sprechen, gibt es manches, das wirklich wichtig ist Einiges, das so halb wichtig ist Und um ganz ehrlich zu sein, auch ein bisschen was, was eigentlich gar nicht so wichtig ist Aber bei all diesen Überlegungen über Worte, über das Reden Habe ich mich gefragt, wie viele Worte widme ich eigentlich Gott am Tag Wie viele Worte von mir sind an ihn gerichtet Null, hundert, zweihundert, tausend oder sogar mehr Aber dann ist mir wieder gekommen, die Anzahl der Worte ist mir eigentlich gar nicht so wichtig Auch wenn ich spannend finde, es mir zu überlegen, wie viel das tatsächlich ist Mir selbst viel wichtiger ist eigentlich die Regelmäßigkeit Meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit und dich täglich preisen Ich nehme mir meine Zeit, in der ich mich um meine Beziehung zu Gott Und damit auch um meine Beziehung zu mir selbst kümmere Dadurch, dass ich das regelmäßig mache, komme ich mehr in Übung Und mir fällt es auch leichter, diese Beziehung zu Gott und mir selbst zu leben Meine Zunge ist ein gutes Werkzeug darin, dass ich mein Herz ausdrücke Und das, was mir wichtig ist, vor Gott konkret mache Zu Pfingsten werde ich immer ganz besonders daran erinnert Das Fest der Zungen, das Fest der Kirche, das Fest der Gemeinschaft Wenn wir in den kommenden Tagen das Pfingstfest feiern Finde ich es ein ganz schönes Zeichen, wenn ich an diese besondere Beziehung erinnert werde Vor allem, wenn ich es in der Gemeinschaft des Geistes feiern kann Und so wünsche ich uns allen, dass wir uns auf diesen Geist Gottes einlassen können Und uns täglich ein kleines bisschen an ihn erinnern, indem wir unsere Zunge sprechen lassen Meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit und dich täglich preisen Amen Ich trete vor Gott und bitte Großer allmächtiger Gott Du gibst mir eine Zunge, mit der ich sprechen kann Du gibst mir einen Geist, mit dem ich mich ausdrücken kann Belebe meinen Geist, dass ich mein Herz für dich und deine Botschaft öffnen kann Meine Seele ringt oft darum, dass ich mit dir in Kontakt komme Mein Gebet ertönt, aber mir fällt es schwer, deine Antwort zu hören Sei bei mir Geh mit mir deinen Weg Geh mit mir meinen Weg Ich möchte dir zuhören, deine Nähe spüren Mein Wort soll nicht in der Leere verklingen Mein Wort kommt ganz nahe zu dir In der Regelmäßigkeit kann ich spüren, wie es mir besser und besser geht, deine Nähe zu fühlen Komm zu mir, wenn wir nun gemeinsam das Gebet sprechen, das dein Sohn Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat Vater unser im Himmel Geheiligt werde dein Name Dein Reich komme Dein Wille geschehe Wie im Himmel, so auch auf Erden Unser tägliches Brot Gib uns heute Und vergib uns unsere Schuld Wie auch wir vergeben Unseren Schuldigen Und führe uns nicht in Versuchung Sondern erlöse uns von dem Bösen Denn dein ist das Reich Und die Kraft Und die Herrlichkeit In Ewigkeit Amen Wo wir auch sind Wohin unsere Gedanken auch wandern Wir wissen, wo unsere Mitte ist Bei Gott dem Vater, der uns geschaffen hat Bei Gott dem Sohn Jesus, der uns begleitet Bei Gott dem Heiligen Geist, der uns Mut macht Der Herr segne dich und behüte dich Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich Und schenke dir seinen Frieden Amen Mit mir Mit mir Mit mir ANE O 怎么 Eben Mit mir Mit mir